so ok weiter schön jetzt sind wir wieder gut ausgerüstet bis zum nächsten kein minispiel und dann haben wir wieder alles verloren toll egal es ist eh nur noch das letzte minispiel hier das schaffen wir schon noch so level nummer drei du betrinkst gerade die kristallmine na schön hoffen wir finden wir das schätze noch nö blöde eiswürmer wie hießen die raketenwürmer genau dacho what the fuck das ist aber ekelig hier aber geht mal weg geht ja auch wieder einiges aus und kommen die da raus ok das wird ja ein spass brauche ich nicht dass ich das mal sagen kann so viel dazu jetzt brauche ich wieder hätte ich das mal nicht genommen du drecksack genau feuer so nochmal dass diese teppen hier ins feuer latschen könnte sich nicht denken dass das schaden macht mhm so ach man die nerven die wir mal nerven nein du nervst auch so wie konnte der mich jetzt nicht treffen egal umso besser mhm moment so einmal dahin keine ahnung einfach irgendwo so viele fallen hm das ist aber nicht nett so eh was ach ich frage nicht naja das sieht nicht gesund aus egal wir müssen da hin und ich kann mich nicht bewegen so wo ist der Spawner Spawner hallo da nicht da ah das ist so klein das sieht man kaum und es hat auch fast keinen Unterschied zwischen zerstört und nicht zerstört das ist mies so ist mir egal ok der zweite Rundenstein dann ist es leh hat das letzte Königreich nur eins ein General auf dich ach komm die kann man schon lange nicht mehr ernst nehmen so so nein lass mich man blöde Säcke weil die das blockiert haben konnte ich das nicht rechtzeitig nehmen die armen Bananen mhm aber mit dafür kriegt ihr jetzt ein Todesrad sobald ich bereit bin moment jetzt so ihr habt die Bananen ihr habt die Bananen getötet ihr Schweine wollte ich sagen so so natürlich hier schon wieder so mhm noch ein Schlüssel gut so bin ich hier schon in der Grube bleib weg so nimm Feuer und ihr auch Feuer für alle so nimm das hm autsch dreifach Schuss schön hm was ist das mit Geräusch ok hm was haben wir denn hier was haben wir denn hier es wäre weise was es wäre weise Herzbehälter genau zu untersuchen was für Behälter Herzbehälter what die hier hm hm warum warum muss nicht das Lagerfeuer hier sein ihr seid scheiße ok keine Ahnung was für Dinger Schnauze so nehmt das ok irgendwo rechts hm dann erstmal da hin so ein bisschen Wölfe treten ist ne neue Sportart hier ein Winterspiel ok Schnauze und du auch und du und du so hm ach ok schön damit es sind beim anderen auch zwei vielleicht ok hm ok das hört sich nicht gut an was ist denn das für ein Vieh was solche Geräusche macht so oh what oh die Obermopper Special Ultra HD Monster so die Geschichten sind das wäre total episch ok naja es hat nicht etwas geht weg nicht so etwas wie die anderen komm schnauze jetzt danke so hey was warum habt ihr überlebt bitte wieder hoch danke so im Moment wir sind Level 60 haben wir das hier erreicht hm jedenfalls sehe ich keinen Unterschied oder das kommt noch nö ey was soll das na komm so jetzt können wir gehen nö nö oh du bist scheiße höre mal auf damit so so ok hm das wird das zweitletzte Level dann fehlen da noch so viele Kristalle hm so kurzer Prozess und hier noch einmal oh das ist segel gehört auf damit so ja scheiße wie haben wir ja aber der Kampf ist noch nicht vorbei na ach man man ihr nervt so alles was nicht innerhalb von zwei Sekunden stirbt nervt so und wir haben hier wieder verschiedene Wege ist ja ganz toll wo soll wir zuerst sehen ok hier mein Schatz schön ok im letzten Level muss dann auch logischerweise das Item sein hm so entweder für den Genie ähm Moment kurz überlegen uns fehlen noch drei Bosse oder ja entweder für den Genie oder für den Boss vom letzten Level so ok was soll das hier was soll das hier da kommt doch bestimmt was hoch mit einem Schalter wo ist denn der Schalterline will ich das überhaupt lohnt sich das ist wahrscheinlich am Ende eh oder es ist wieder so eine bescheuerte Sanduhr wie letztes Mal hm ok Mist das war verschwendet na toll na ok geht ist doch zerstört so hm hm Schnauze da oben ok so so Schnauze hm hm ok was geht mir ab ach das hier wieder Schnauze ha 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 ach bleib doch noch ein bisschen da oben das war gerade so schön ach dann halt so so du Spielverderber so das war nicht gut hm ok und die schiessen das ist nicht schön ok einmal da hin so ok wo ist der tot wo ist der hm so wo ist denn da jetzt was aufgegangen da beim Brunnen ach ne warte 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 oder ist der tot da drüben ich weiss nicht ich weiss nicht hm ne hier ist nichts mehr toll Zeit verschwendet noch man das ist so schaffe dass das Spiel einem nicht zeigt manchmal ist auch so eine Diva das Spiel manchmal zeigt es was was aktiviert wurde und manchmal nicht wo ist der tot da bist du dankeschön stopp 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 so nicht gerade gut moment so jetzt können wir oh geht doch weg so jetzt werden wir ungestört du und ich oh lass das doch wieder fass 1000 Schaden nein 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 ok weißt du was da so noch ein Schalter ok irgendwo wo wir noch nicht waren danke Wolf ach du bist ich bin schlecht im Timing bei sowas so was ist denn da hier nix natürlich was soll diese Pipe da naja dieses dieses Königarch ist auch ein bisschen seltsam nicht wirklich Königarch sondern irgendwas anderes so hm ne 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 ok teleport ist auch noch hm wer versteckt denn sowas da so was ist denn hier hm ok so ich hab das Gefühl ich bin hier richtig dann mal zurück so ähm da ach ach ok ach nice du brauchst Feuer um Mais zu schmelzen wat was soll das denn jetzt für ein Typ sein ist es auf den Etik bezogen hm was haben wir hier oben so diese vier Moment Todesrat so what die haben überlebt hm wieder Party schön ja hier wird jetzt Eis Eis C heis Jays gespielt ist ein schwieriges Wort heis Jays jedenfalls für mich so schön na die Mine hat doch was abgeworfen das ist gut gut für uns so 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 ok wat was ist denn da passiert hm ok danke spiel dass du nichts zeigst natürlich hey wo geht's nicht weiter ach ja ich weiss wo hier oh mhm kristalle führen dich zum goldenen teich ok hm so da ist der mal muss ja stilos werden ich glaube hinter mir ist noch was oder äh nö doch nicht falsches Gefühl so so hm hm natürlich noch einer ne so so oh nö hm hm nice jazz nice das ist schön so hm da sehe ich schon was bitte wieder runter dankeschön so das war offensichtlich hm wo sind die denn da so ach was oh wird's mich doch verarschen wow ernsthaft aber hauptsache ich kann mit Axt durch und die Magie treffen aber das heisst nicht zerstören toll Spiel was du musst durch sechtes Wasser warten bevor du den Ausgang erreichen ach nö ich hasse Wasser ok ab hier ist das Spiel vorbei ich kann da nicht mehr durch wenn ich durch Wasser muss ist alles vorbei Schnauze oh Moment so und jetzt du schön ouch so gut das war jetzt 16 schon ok so äh wo ist denn jetzt das Wasser wurde ich verarscht woher weiss er meine Schwachstelle oh man das ist unheimlich beobachtet der mich hm 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 ne ne schätze das war's so boah boah wir sind jetzt champion ein ritter champion nice sehr sehr nice wow oh das ist immer so anstrengend so 1 7 oh noch mehr gold schön aber ich bin level 62 champion du hast einen ruhenstein gefunden hm hm da mir fehlen nur noch zwei zwei grüne ok so so so